ja hallo miteinander zu einer, wie sagen wir es, Spezialaufnahmesession durch das, dass ich die nächsten zwei Monate nicht rum bin wird es auch in zwei Monaten keine Let's Play mit mir geben und jetzt schauen wir mal was wir machen können und jetzt hör auf mich schlau, sonst schlaue ich zurück also, ja, dann sind wir zum zweiten wir haben alle informiert, die wir informiert haben mögen nicht ähm, da sind wir im Sponpunkt, den ihr schon kennt das sind unten im Portal ähm, ja, dann sagen wir letztes Mal noch nichts wir gehen durch das Portal Luftkubbeln so, das ist eigentlich gerade über dem Sponpunkt so, schräg rüber dran ja, man sieht ja, man sieht ja, man sieht ja, ich sehe dich cool siehst du mich? hm, nein ich sehe dich aber warum siehst du mich aber in dir nicht? warte, geh mal in die Untervogel, vielleicht siehst mich ich sehe dich ich sehe dich ich sehe dich ja ja, vielleicht So, komm mal drauf Ja, los Also Was tun wir? Aufnahmesession Spezial WilliGon Zwei Monate Sonst andere nennen die Fruell Das verzweifeln alle jetzt schon Nimmst du ein paar Abonnementen mit? Hm Ach, die reden eben nur Englisch Du bist jetzt unten Das ist ein kleines Problem Aber Du, das wird schon Das wird schon gehen Zwei Monate Ohne euch Das ist ein bisschen langweilig Zwei Monate Nerven schon? Ja Ja Doppel Nein Nein, jetzt sind schon Jetzt sind ganz easy Ach, da hast du da noch ein Ding eingebaut Ganzzwege Ganzzwege Gell Jaja Würde ja gerne im Handgepäck mitnehmen Aber ich darf nur drehen 20kg im Koffer Und Das wird Mora knapp Ja Und wenn ich schon 3kg Schokolade habe Kann ich leider nicht noch mehr Ach ja Alle im Gepäck mitnehmen Ja Ja Nein, dann geht es unter Menschenhandel Dann werde ich noch eingebautet Nein, das geht gar nicht Juhu Ja, du bist jetzt eingebautet Ich auch Ja, du bist auch eingebautet Nein, mir ist gehandelt Also werde ich eingebautet Nein, du kommst ins Exil Juhu 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 Ja, komm wenigstens mal rein Juhu Juhu Gratis Juhu 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 Ja, also Fertig zum geschnorren Jetzt geht es los Ich bin schon lange dran Was machst du wieder? Äh Kaputt Alles leicht Weg Nein, 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 nein Nicht alles weg Ich dachte, ich könnte in der Ecke etwas anders machen Aber Was geht Äh Ja Hat sich das da ein bisschen integriert Jassum Moment, da drin auch dunkel Ja, ich bin jetzt am Licht Juhu Ich zeig dir mal schnell die Kugel von ausser Äh, Balkon, wo? Oben ist einer, unten ist einer Wo du willst? Was, oben hast auch einer gemacht? Ja Und was da da oben? Ja Ja Ah So, wie sieht die Kugel aus? Oh Gott Ja Super Sache Ja 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 Ich zeig dir mal so lange in der Schweiz bist Heee Kommen wir ja wieder Hehehe Hehehe Zwei Monate Oder so Oder so Nein Dürfen wir nicht so lange alleine lassen Hehehe Mit dir Hehehe Ansonsten Ohne Das ist nur Eingangshalle Ah ok Das müssen wir jetzt so weit trennen, dass wir noch das Bad hergeleistern können Ja, dann machen wir doch da, kommt es echt scheisse, wenn wir da, so da rauf ziehen. Kann man den Boden einziehen? Nein, nein, unterteilen einfach. Wo ist jetzt da so? Da ist mit. So weit rüber? Da ist mit. So weit rüber? Nein, geht nicht mit der Steige. Kann knapp werden. Gut, dann nehmen wir das. Was ist da hinten? Was brauchst du denn ab? So weit rüber. Dann könnte man auch ein Glas rüberziehen. Dann bleibt schön hell auf beiden Seiten. Jau du. Äh, Profi. Gell. Dann kannst du das WC einbauen. Ja. Ah, dort das WC. WC allein. Ja, oder Dusche. Nein, machen wir nur. Da machen wir scheisse aus. Nur scheisse aus. Nach oben offen. Äh. Nein. Mal, wegen dem Leer. Ja. Eine Bestinkungshalle gibt das. Das müssen wir nicht. Nein, nein. Das erst wird gut so. Eins, zwei, drei, so! Tipptopp So, und jetzt eine Dusche Dusche? Eingang und Dusche bauen Gut Und zwar, und zwar, und zwar Habe ich keine Ahnung Super Guck, geht mit mir Auch wenn man da eigenes Licht einbauen würde Und da wirklich eine Decke zumacht Dann? Dann hätten wir da oben noch so eine Abstellkamera Nein, wie sagt man denn? Schön ausgedeutscht Äh, äh, äh Belüftungsanlage Nein, wie sagt man denn in Wohnungen mit einer so einer Galerie? Hupf Äh, Atrium? Nein Nicht Nicht Ah, nicht Ähm, ähm Nein, scheiße Ähm Ähm Maisonet Bo Das ist das Wort, das ich zu mir gehört Nein Nein Wo ist das? Man sieht, da wer wieder Wohnungen suchen muss und wer nicht Ja, Entschuldigung, mörder Oder Dummerer Lähter sich noch nie haben müssen Zögeln Hahahaha Halt So, und dann machen wir da Sack So, so, so So Echt du schon mal in so einem Mesonet? Und? Nein. 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 Würdest du das mal gerne machen? Nein. Auch nicht? Stimmt, stege ich auf, stege ich auf, stege ich auf, stege ich auf. Ah, meinst du richtig mühsam? Oder, das mühsam ist jetzt das falsche Wort? Ja. Grisha? Ja? Ja. Was hast du jetzt überhaupt gemacht? Nichts. Wohl. Was denn? Du bist auf einmal weg gewesen. Ich bin ja da. Da da oben. Hallo. Nein. Dings. Unterbruch in der Leitung. Unterbruch in der Leitung? Ja. Leitfladen. Oh, nicht gerne. Oh, das muss ja sein. Ja. Ich suche Glas. Glas. Und du find ein Glas. Ich finde ein Glas. Werden brauchen wir da überhaupt keine, ha? Äh, nein. Ich bin kein Glas oder nicht. Ich suche Zylinder. Wala, wala, was hast du vor? Dusche bauen? Aha. Okay. Glaube ich. Glaubst du? Ja. Du sagst Zylinder, ich sag Geländer. Aha. Aha. So, jetzt haben wir eine Maisonette. Den bauen wir also im Fernsehen. Ja, der kommt. Alles so eckig, nicht gerade. Wo? Überall. Warum? Kugeln. Minecraft-Rundung. Super. Super. Und das sieht scheisse aus. Hm. Ich würde ja gehen lassen aufbauen, aber... Aber? Ich weiss nicht wo. Oder wie? Nein, wo du Fernsehen hörst du. Ja. Aber man könnte die Idee rein theoretisch... Hm. Und ihr wollt aufmachen? Dann Doudema. Und den Toma. Und... Wata maa. Und... Wata maa. Wata maa. Wata maa. Wata maa. Wata maa. Der Pissstein habe ich jetzt da und dann mache ich den Riesen da So und da die Glatze drauf So und jetzt tue ich da ein bisschen roter Stein und dann machen wir da ein bisschen von dem Da so und so und so und jetzt wird das ein Punkt näher da Glas, 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 Glas Oh, das funktioniert, jeder mal nicht da will, das nicht funktioniert Das geht aber nicht Aber so funktioniert Oh, das geht Gott Go oder gut? Maja Da war ein 참 electrode für eine Bissche Wäschig. So, dann noch eine Tisch. So, dann. So. Wow. So. Wow. Du musst ein bisschen knappe messen. Mhm. Ein deutlich. Du darfst die Tür noch gerne hier reinmachen. Wow. Es flimmert. Es flimmert? Ja. Es liegt am Shader. Aha. Dann machen wir die Tür auf der Seite genau gleich. Dann kommt es glaube ich nicht schlecht. Kessel mit Lava zum Duschen in einem Holzfuss. Genau. Kommt immer gut. Und jetzt tropft das. Wie in einer Tropfsteinhöhe. Oh oh. Was? Ich bin den Redstone weggeschlagen. Nein. Mal. Toll. Ich bin schon dran beheben. Muss schon warten. Brauchst du Geduld? Schon geflickt. Jetzt mal eventuell raus. So. Ist der Ablauf. Hm? Warte. Ich will auch mal den Ablauf der Ab. Na dann kann ich den Abba. Nö. Warum? So schon. Wow. Hm. Was trifft es? Was trifft es? Vermutlich gar nichts. Es kommt glaube ich gleich nebenan vorbei. Das hättest du nicht alle Scheine weggespült? Du bist ja nur ein Schwein. Hahaha. Hey das ist berechtigt. Es ist ein ganzes Turm durch den Ab. Schienen lecken. Nicht schon weiter. Das habe ich schon mal gemessen. Wegen einem Bug. Und es baut brutal langsam ab. Ja du hast den Klauz weggeschlagen. Durchsässigen Ablauf. Ja das gerade so knapp im Messen ist. Ich kann ihn ja auch nicht denken. Tipptopp. Oh. Wow. Ist das Wasser schon abgebaut etwa? Nein. Also es kommt kein Wasser mehr nachher. Aber was ist denn da los? Es geht ewig. Mega. Ja. Ja. Ewig lang. Mhm. Das ist seit Minecraft wieder mal update. Mhm. Ist doch vorher schneller gegangen, oder? Jo. Gibt es doch nicht so etwas? Wohl! Das ist Minecraft, das ist... Ich weiss, normalerweise kommt das ein Stück schneller. Normalerweise. Oh je. Also da oben hängt auch immer noch Wasser. Ah, jetzt ist es weg. Langsam da unten. Bald einmal. Und dauert das noch ein bisschen. Jetzt das neue Wasser wird es abgeladen, ist sehr schnell. Ah ja? Ja. Hast du das Loch gemacht? Ja, jetzt schon das Loch gemacht. Jetzt trifft es gleich auf das andere Wasser. Ich bin schon auf dem Turm. Jetzt ist es zäme. Das andere Wasser ist immer noch auf dem Turm. Keine Ahnung wieso. Boah. Keine Ahnung. Du meinst du spuhst noch langsam. Extrem. Lass nochmal laufen schnell. Ja, warte. Warte. Du hast immer noch ein Loch, gell? Ja. Jetzt ist es Mitten Turm. Es kommt schon. Es kommt. Jetzt sehe ich es. Wow. Das andere. Du musst schauen, dass es noch nicht fertig ist. Auch bis es da ist. Es lieb vielleicht, dass es 3 oder 4 Dinger sind. Ja, aber ist das auch schneller gegangen? Ja, normal. Bist du da oben? Ja, noch nicht ganz. Ich schwebe. Du schwebst. Also nicht Deutsch. Jetzt kannst du nochmal laufen lassen. Nicht mehr Wunder, ob das hier reinfliessen sollte. Und? Kann ich zwei machen? Ja. Äh, ja. Dabei habe ich es so gemacht. Es fliegt. Warum ist denn das überhaupt so in einem Reinstrahl gekommen? Ja, weil es zuerst teilt nicht. Aha, du hast ja zuerst ja. Mhm. Ah ja, es landet, was sollte. Was hast du gemacht? Es Lochli. Es Lochli. Ich komme wieder. Keine Frage. Okay. Hm. Pink Panther. Pink Gigapanterly. Mhm. Da hast du fertig. Ich bin fertig. Das ist jetzt halt. Du bist fertig. Du hast ja noch ritzt. Ja, ich bin fertig. Bis zum nächsten Mal. Ich bin fertig. Diggaber. Ich bin fertig. Du hast zehnmal. Ich bin fertig. Ja. Ich bin fertig. british airways wir freuen uns wir freuen uns Sie an Bord unser Fluges BA0719 von Zürich am 7. April um 19.35 Uhr zu begrüssen sind Sie abflugbereit? ja ich sehe schon einer schreie in den Hauglern Ach, ich bin nicht mehr nervöser als was ich war bei Ihnen Haaaann ich bin nicht mehr richtig oder ein Pein Okay A-Hah Downloaden Kapitän Ja dann, was willst du, eine Special-Folge mal irgendwie? Mal einen Abschluss machen. Ich denke ja, dann ist es nicht allzu lang. Dann sind wir ein bisschen länger als normale. Ja, und dann, ja, sieht man sicher. Irgendwann... Ja, ja, spätestens im Juni. Ja, auf jeden Fall. Ich wünsche einen Thun. Jetzt warte, musst du noch ein bisschen schauen. Was musst du schauen? Da unten. Wo? Super, ne? Yay! Ja Sam, dann bis im Juni. Ja. Schönen Aufenthalt. Ja. Guten Flug. Merci. Und den Anderen bis zum nächsten Mal. Ja, auf jeden Fall. Ciao zusammen. Und tschüss. Und tschüss. Vielen Dank.